Yes, Menschheit, was geht? Ihr wisst, wer es ist, CIZ. Schön, dass ihr auf dem Kanal gelandet seid. Habt ihr schon abonniert? Seid ehrlich, dann abonniert jetzt schnell. Komm schon, ein Klick, ein Klick. Außerdem, ihr kennt es aus den letzten Vlogs, liken, kommentieren, liebe da lasst. Und jetzt gucken wir gemeinsam hinter die Kulissen. Let's go! Was geht ab, Leute? Hello, wir hier. Heute zusammen wieder mit CIZ. Heute seid ihr exklusiv dabei, wenn wir das Video drehen zu Kinder der 90er. Viel Spaß bei dem heutigen Vlog, Leute. Peace. So, Menschheit. Erster Spot. Die Kölner unter euch wissen, wo wir sind. Der Dreh geht los. Heute haben wir den Alex, der das Video machen wird. Ich bin mir sicher, das wird geil. Die Jungs haben Outfits schön eingeplant. Die Location passt auch. Farblich sogar zu den Outfits. Da wird es auf jeden Fall verbunden. Das sage ich nicht. Let's go, let's go, Bruder. Komm. Ja, ja. Ergibbi. Ohoho. Und da ist er. Wenn nach der Bridge, also nach der Hook, der Part an Cissar abgerührt wird, dass ich vielleicht so mache und dann das Spreng kommt auf Cissar und dann sein Part losgeht. Weißt du? Ja, genau. Wir haben jetzt die erste Szene gedreht. Das war super. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir haben jetzt die Trikots gewechselt und wollen jetzt hier am Skatecats noch ein paar Szenen drehen. Wir sind hier unterwegs mit einem Weitwinkelobjektiv. Wunderschönes Ding. Da was er vorgeht. Ihr seid ihr wieder. Was geht ab? Wir sind jetzt an unserer ersten Location fertig. Wir haben die ersten Bilder eingefangen. Und jetzt fahren wir an die zweite Location und drehen da noch die letzten Bilder ab. Und dann denke ich, das ist das Ding für euch im Kasten. Viel Spaß dabei. So Menschheit, wir sind unterwegs. Man sagt immer, alle Wege führen nach Rom. Aber jeder aus meiner Hood weiß, alle Wege führen nach... Bilderstöckchen. 739. Bruder, du musst doch mit mir reden. Schiebt er mich einfach hier weg. Weißt du das, was? Hey, das war entschieden. Du weißt auch, du machst es. Unter Kameraliten. Mach immer den. Wenn jemand auf mich zukommt, gehst du mal zu und fängst ihn leicht auf, damit er nicht stark fällt. Hast du ja gesehen, wie ich dir gerade geholfen habe? Reflexe. Reflexe. Ja, also wenn du auf mich zukommst, hältst du dich fest. Also Cesar dreht ja immer die Blocks, aber Cesar ist auch ein bisschen crazy. Man weiß nie, wann er dreht, wann er nicht wird. Jetzt dreht er offensichtlich. Und? Ich hab die Sonne beschlebt. Boah, die Sonne ist da. Die Sonne ist da. Für zwei Sekunden. Die Sonne ist da. Cosa Nostra, Mann, der Sound, der klingt geil, wenn ich check, dass wir fresh sind, muss taub oder blind sein. Alle meine Leute da, da sind wir. Partys aufm Hotelzimmer, gehen ab wie immer. Wir tanzen mit den Frauen, lachen immer laut. Kinder der Neunziger und das ist unser Sound. Wir sind immer noch da, wir sind immer noch da, wir sind immer noch da. Alex, wo sind wir gelandet? Neusser. Schön hier unter der Bar. Ne? Wissen wie schön ein Kaffee soll. Hier auch. Super aus. So Leute, wollt ihr das Cover sehen? Also uns gefällt's. Ich hoffe, euch gefällt's auch. So Leute, wir sind endlich angekommen am Ende unseres Musikvideodrehs. Ich bin ziemlich im Arsch. Wir sind alle ein bisschen im Arsch jetzt. Falls ihr bis hier noch nicht geliked und nicht kommentiert habt, dann tut das bitte jetzt. Denkt dran, auch Native zu folgen, SZA folgen, Cosa Nostra und zu guter Letzt auch mir. Das nächste Video, was ihr sehen werdet, ist dann endlich das Musikvideo zu unserem neuen Song Kinder der Neunziger. Wir freuen uns auf die Resonanz. Das Video kommt bald raus. Peace.